wir machen youtube ja dann aber herzlich willkommen auf youtube heute mal wieder und heute hatten uns das thema gesetzt aggregate made in china in unserem fall dann auch polen italien und in deutschland haben wir nicht mehr hat einfach kostengründe warum aus deutschland nicht mehr haben weil die das auch nicht besser können als die in polen und italiener die benutzen die gleichen komponenten dies auch die die auch die italiener benutzen ganz einfach und somit würde das auch keinen sinn machen für 30 prozent mehr das gleiche aggregat zu bauen das hat man damals in berlin gemacht vor geschätzten acht neun jahren bringt aber nichts weil das gleiche aggregat für 30 prozent teurer das haben wir glaube ich dann nur ein zweimal verkauft die leute die wollten unbedingt den deutschen aufkleber drauf haben die deutschland flagge und dann haben wir das gemacht dem war geld egal und sonst ja sonst halt nicht und da wollte ich aber darauf kommen weil die ganzen kunden oder viele kunden halt anrufen und sagen ich hätte gerne stromaggregat was kannst du mir anbieten aber ich möchte auf keinen fall china scheiß ne so sagen die das und kein china kracher oder was da alles noch für synonyme gibt ich möchte ein deutsches gerät oder mindestens ein europäisches da muss man den zahn schon mal ziehen weil es gibt nicht wirklich deutsche gerät es gibt ein paar kleine hersteller die noch in deutschland mehr oder weniger zusammen schrauben es gibt meines erachtens wir bleiben mal bei 3000 umdrehungs aggregaten keine motoren hersteller für stromaggregate wenn es da einen gibt dann kann man mir bitte bescheid geben aber cola zum beispiel und die ganzen anderen namen die stellen nichts in deutschland her genau jetzt habe ich den faden leicht verloren aber es macht auch nichts in europa wird was hergestellt zum beispiel in bei uns in italien wir arbeiten damit der firma energie zusammen da wird dann einiges hergestellt dann auch einmal mit entweder mit china motoren oder mit europäischen motoren oder in japanischen wie honda zum beispiel wobei honda viele einzelne motoren auch nicht mehr in japan herstellen das auch in china dann werden wir auch schon wieder beim chinesischen gerät zusammengebaut in italien da gibt es dann eben aber mit italienischen generatoren die alternatoren die entschieden in italien angebaut werden sehr gute sachen von linz mc alt mcafé oder wie sie alle heißen und mc alter genau und die machen dann eben sehr gute sachen kostet eben das gerät wenn wir jetzt mal chinesisches 5 kw aggregaten nimmt dann immer irgendwo beim benziner bei 700 bis 1000 euro je nach ausstattung nimmt nehmen wir das mehr oder weniger gleiche gerät gebaut in italien mit einem italienischen alternator sind wir ungefähr bei 3000 4000 euro das ist ungefähr das was man ausgehen wollen muss wollen nicht möchte man dann aber allerdings eine sehr gute qualität aus china bauen dann geht das auch ohne probleme wir arbeiten hauptsächlich mit der firma itc power zusammen oder mit der firma k und s die sehr gute qualität halt liefern die in china gebaut werden und itc power macht das wie folgt das spanisches unternehmen seit über 20 jahren mit ihren eigenen werk in china und bei den chinesen wie ich das immer unseren kunden am telefon auch erkläre oder unser verkäufer team auch erklärt in china kannst du ein stromaggregat kaufen wir bleiben bei diesem beispiel für diese 1000 euro verkaufs bei 700 bis 1000 euro da kannst du sagen ich hätte gerne ein aggregat für 180 200 dollar dann schulst du dir das zusammen bauen wir das und am ende kommt es bei dir an und funktioniert nicht oder erfüllt nicht die norm geht kaputt nach dem ersten zweiten betrieb und wenn du denen sagst ich hätte gerne 5 kw benzin aggregat diesel was auch immer ist ja egal ist nur das beispiel und sagst denen was kostet das dann fragen die dich welche qualität dann sagst du den sehr gute qualität und dann geben die den preis wenn an den preis nicht mehr wirklich verhandelt weil die chinesen geben ja sowieso immer meistens den besten preis den sie halt machen können und du akzeptierst dann den preis dann hast du auch ein gutes aggregat sagst du den allerdings wenn die dir sagen jetzt sagen wir mal 500 dollar und du sagst den nene ich brauche dieses gerät für 300 dann machen die das für 300 aber halt mit einer scheiß qualität und da liegt da der große unterschied dann sagst du die reifen ein bisschen dünner war den spannungsregulierer brauche ich kein 1,5 da reicht mir ein vier prozent spannungsregulierer oder ein fünfer neben den günstigeren vergaser machen motor so rein machen alternator nicht aus kupfer sondern das machen mit aluminium oder mit kupfer bezug und so weiter und so weiter und dann kriegst den preis runtergeschraubt ist fast auf null auf schrott wert quasi und dann kriegst du halt auch schrott und deswegen sagen wir halt wer bei uns chinesisch kauft der kauft quasi europäisch qualitativ natürlich gibt es einen unterschied zum linds generator der halt ein bisschen besser ist das wollte ich eben noch sagen aber wer von uns da draußen braucht den alternator oder den generator der von linds ist eigentlich so gut wie keiner weil so benutzt den halt kann wenn ich jetzt von der hausabsicherung spreche oder von hier mal baustelle da mal baustelle dann reicht mir ein sehr guter chinesischer den man bei uns zum beispiel kriegt reicht da komplett aus weil weil der bums der macht halt 3000 stunden ohne probleme der motor der generator du musst die kohlen tauschen das musste beim linds und bei den anderen auch tauschen alle 500 stunden ungefähr musste da die kohlen tauschen sind die brems verlege beim auto ist also keine garantie da gibt es auch immer mal wieder ein paar aufreger mein aggregat ist auch neu hat auch gerade mal 800 stunden 800 stunden sind vergleichbar mit einem auto ungefähr 120.000 kilometer da kannst du schon mal im box stop haben genau und dann eben kriegst du halt das wollte ich aber sagen mit der qualität china zu europa natürlich ist so ein europäisches aggregat optisch meistens etwas ansprechender du machst aber den gleichen wums damit und dafür brauchst das nicht auch wenn du jetzt ein honda motor nimmst mit dem linds generator und du fragst bei energie bei green power bei endres wie die alle die kasper heißen nach und fragst wie lange hält so ein aggregat sagen die die wenn sie ehrlich sind 3000 stunden bei 3000 stunden der motor alleine sind ungefähr 360.000 kilometer beim auto das mit ein zylinder mit 500 kubik mehr oder weniger da 100 hoch 100 runter wir wollt sind halt 3000 umdrehungen dreht das ding 130 nehmen wir jetzt mal wenn ihm 120 bleibt mal besser beim beispiel 3000 umdrehung 120 mit dem auto auf der autobahn 3000 stunden mathematik regelt den rest sind 360.000 kilometer das muss man einmal wissen wissen viele nicht weil viele rufen an sagen 3000 stunden das habe ich ja in 300 tagen ist ja das ding schrott da muss ich neues kaufen ja digga setzt sich in ein auto zwar jeden tag zehn stunden auf der autobahn nach 360.000 kilometer kannst du deinen golf aber auch einpacken da muss ich nicht einfach da fahre ich in die werkstatt gemacht reparaturen ja klar machst du da reparaturen aber dein auto bleiben beim golf 25.000 euro nimm mal günstiges modell da kannst du mal für 3000 4000 euro reparieren dann lohnt sich das kaufst aber ein aggregat zwischen 700 und 1000 euro lässt das in deutschland wieder schick machen kolbenringe dies das jenes fünf sechs stunden arbeit da 80 euro ein bisschen ersatzteile bist du bei 700 euro da kaufst du dir neues greta freut sich aber kaufst du die alten neues das reparierst halt einfach nicht da muss man auch ehrlich bleiben das machst du nicht nimmst da einfach neues deswegen und dann sagst du ja dann ender ist oder den energie oder wie sie auch alle heißen dein italienisches reparierst du weil das sind halt 700 euro im gegensatz zum neu preis von 35 da kannst du es halt reparieren aber dann hast du immer noch um mit dem auto zu sprechen die alten reifen das alte fahrwerk das alte getriebe drinne und das hast du halt gar nicht da hast du halt wenn neues hast du das euch daher lohnt sich das nicht wirklich und deswegen sagen wir 3000 schon der generator macht das allemal bis auf die kohlen wie gesagt rennschein macht der rest macht das mit vielleicht mal die gummilage holen das sind vier gummies kosten 10er 20 30 wir mal geld verdienen wollen euro und dann sind die dinger wieder fit dann läuft das ding daher sagen wir halt china kaufen macht das ding auch da kannst du geld sparen wenn du unbedingt europa bist kannst du gerne haben bieten wir auch jetzt sagen wir einmal so ein beispiel wenn man das hier sieht man zwar nicht perfekt aber wir zeigen es einfach mal wir müssen erst mal gucken ob wir überhaupt ein europäisches benzina noch verkaufen auch da sind sie schon wir nehmen jetzt hier einfach mal und k 10.000 10 kv a 1100 euro wir machen es mal ein bisschen größer da hat man 10 kv a sogar also 8 kw 200 volt 300 volt volle leistung also auf 10 prozent genau mit rädern schon dabei anständig dicken rohrrahmen elektrostarter seilzug den ganzen bums perfekter spannungsregulierer komplett chinesisch aber mit kupfer generator halt top motor die motoren haben wir auch drauf bei den hochdruckreinigern bei baumaschinen bei alles mögliche top gerät 1100 euro brutto inklusive liefern nehmen wir ein ähnliches gerät in polen gebaut top firma alles top ich glaube wir hatten in wir arbeiten mit denen seit 2009 oder 10 zusammen und hatten service fälle herr wagner seit 2010 sagen wir mal 10 bis 20 maximal service fälle fogo auspuffer der krümmer ja ok genau also da hat man da hat man wir gehen mal auf das gerät hier ungefähr gleichwertig ja das ist jetzt der 9000 tre das heißt also der name sagt 8,5 kv da sind wir schon mal bei knapp anderthalb kw weniger erschieft mich nicht wir können später rechnen aber ich sag mal anderthalb kv a sind 1,2 kw weniger wir haben keine räder dabei wir haben nicht die volle leistung auf 230 volt sondern nur die hälfte der leistung auf 230 volt haben aber auch keine steckdose drauf die 4 kw abgeben kann sondern nur 3,7 wegen 16 ampere und so ist alles ja tank ist genauso groß dann honda motor einmal hier drauf ist aber in dem fall muss ich jetzt lügen ob der ob der ob der honda motor ein chinesisches produkt quasi ist oder in japan noch gebaut ich weiß nicht genau mehr wo da die grenze ist die schieben das auch ab und zu mal von links rechts transporträder kosten hier noch mal 165 euro die müssen wir drauf rechnen sind wir also bei 26 2600 euro haben weniger leistung haben nicht die volle leistung auf 230 volt haben natürlich keine service fälle also zehn stück in zig jahren in der ganzen reihe von den benzin davon da bei den chinesen legen wir auch weit unter ein prozent das heißt da liegt man nicht deutlich höher weil wir da natürlich exponentiell sehr sehr viel verkauft haben und dann haben wir natürlich mehr als 10 service machen macht sinn sonst klappt ja nicht und ja also da sieht man schon dass der preisunterschied also von 1000 euro 1100 euro zu 2600 euro ist und weniger leistung hat also genau vergleichen kann man sein nicht erstmal ein bisschen gebunden an die honda motor und er wird dann halt in hohen zusammengebaut mit italienischen generator beispiel jetzt da haben wir nicht von benzinern deswegen gehen wir einmal in diesel da kann man es noch ein bisschen deutlicher sehen das immer die aggregate von meinem kumpel dann aus aus italien wir nehmen da jetzt wir gucken uns erst mal den italienischen an und dann suchen wir uns nämlich den passenden chines dazu da müssen wir einmal gucken dass man auch empfinden weil das wird nämlich jetzt ein bisschen kompliziert weil um da offen zu sprechen wenn wir jetzt wir gehen da mal rutschen da mal kurz drüber den preis müssen wir noch anpassen das kann man auch mal aufschreiben weil die halt sehr große preiserhöhung hatte aber die kalkulation hier dass man überhaupt mein gerät ein bisschen mehr verkaufen ist halt deutlich bescheidener als bei den anderen weil sonst bist du halt aus dem orbit geschossen vom vom preis her deswegen offene diesel ach doch den können wir nehmen siehst du jetzt habe ich das perfekte beispiel und da wie gesagt da passt die kalkulation auch noch nicht richtig wir nehmen den mal das ist jetzt in fünf kva das sind vier kw so ein diesel haben wir gar nicht aus china wir nehmen einfach mal das immer normalerweise bei 37 da haben wir jetzt noch einige auf lager deswegen sieht man hier immer drei stück deswegen sind jetzt ein bisschen günstiger aber wir nehmen mal 37 als standardpreis und dann sieht man das auch dass sie eben auch dann eben für uns hier hergestellt sind mit ein paar sonder sachen wie perfekten spannungsregulierer und so was alles dann sind wir halt bei 4,2 kw nur 3700 euro hat keine räder den lassen wir mal so stehen und dann geht man gehen wir jetzt mal auf den das chinesische pendant quasi dann nehmen wir jetzt auch den den hier hat man jetzt 8 kva also schon mal deutlich mehr also 2,6 kw mehr sieht so aus hat auch elektrostarter weiß ich kann ich habe ganz geguckt ob man elektrostarter bei den anderen aber den gibt es auch mit elektrostarter sag mal einfach mal bei 3,6 hat er elektrostarter ist einfacher sind wir hier bei 3 kva mehr also 2,6 2,4 kw 2,4 kw grob geschätzt elektrostarter volle leistung auf 230 volt also 90 prozent zu 400 volt eine anständige digitale anzeige natürlichen fi schutzschalter hatte der andere nicht der andere hat nun leistungsschutzschalter ist anständig verbaut und alles und kostet halt 1,8 statt 3,6 und deutlich mehr leistung und von den dingern haben wir in der reparatur eigentlich nichts es gibt natürlich kunden wie bei egal was die die immer kaputt kriegen dann gibt es ein montagsgerät da haben wir auch schon öfters gesprochen das gibt es ob das nun aus italien kommt und der eingesoffen hat den tag davor der mechaniker der die händische alle zusammenbaut oder ob der chinese da mal zu spät aufgestanden ist und eine schraube vergessen hat das gibt es immer dafür gibt es ja einmal die sieben jahres garantie die man buchen kann oder den 30 punkte check den kann man auch immer dazu buchen und dann kontrollieren wir das ganze ding unterlassen und haben wir alles schon erklärt und läuft dann eben ohne probleme das dazu und genau und genauso läuft es eben auch bei allen anderen sachen dann haben wir das eigentlich fast durch mit unterschieden haben wir haben wir sonst noch irgendeinen unterschied der wagen haben sie zugehört oder was aber noch unterschied aber nicht zugehört da macht ja nichts unterschied haben wir noch dass wir meistens die europäischen nicht auflage haben meistens weil wir halt die meisten hersteller bauen die auf kunden anfrage und bauen die dann auch so wie der kunde das möchte das heißt also entweder mit elektrostarter oder ohne großer tank kleiner tank und die die wir ausgesucht haben haben wir so gut wie es geht auf lager weil wir die eben so bauen lassen wie die kunden das eigentlich möchten das heißt großer tank elektrostarter dies und das und jenes oder auch mein standard standard gerät das können wir noch zeigen dann eben mit hier der hier den haben wir auch meistens auf lager den 9000 er das heißt also ohne schnickschnack der hat der seil zu klein tank dann ist er so günstig wie es geht europäische herstellung und dann kostet ja auch mal ein bisschen 2100 euro aber auch in polen dann eben hergestellt dann geht das aber das ist eben der nachteil die europäischen sind so gut wie nie auf lager außer ein paar modelle weil sonst kannst du ist kein lager groß genug weil die auch so teuer sind sind ja nicht ganz so gut gefragt bei den dieseln ist eine lieferzeit von mindestens zwischen wenn es gut läuft zwölf wochen aktuell sind wir bei 30 bis 40 wochen wenn es dumm läuft oder wenn es normal läuft aktuell noch das wird sich im laufe des jahres wenn kein quatsch mehr passiert dann eben auf zwölf bis zwanzig wochen wieder legen aber auf lager in der regel eigentlich da gibt es so viele unterschiede wenn wir uns mal so einen spaz angucken noch auf die schnelle wir nehmen jetzt einfach mal den zwanziger zwanziger der hier den gibt es den gibt es also so wie er hier optisch dargestellt ist den wir dann ebenso für uns bauen lassen und dann hat der haus und feldbetrieb dann hat er den guten spannungsregel drin kann zu fähren starten wenn du willst und sowas alles da sind mal 32 bis 40 wochen weil ganz einfach wenn dir das ding auf lager stellt dann ruft sich einer an und sagt ja ich hätte das aber gerne ohne die und die option und dann hat er die und dann kannst du dir das auch nicht verkaufen weil die preisspanne halt super klein ist dazwischen deswegen ist halt hier immer mit wartezeit verbunden deswegen auch etwas günstiger weil dann brauchen wir uns uns nicht auf lager zu stellen zu finanzieren deswegen ist die kalkulation etwas günstiger und dann ist das auch ein super schnapper ein super schnapper industrieaggregat aber auch kommen wir haben zwar schon dreimal gesagt ist die letzte ist das letzte aber das machen unsere kunden den spaß auch mit uns die sagen auch eine frage habe ich noch wir haben auch die industrieaggregate hammer selber gucken weil sie gar nicht ob man die anderen noch drauf haben wir aber meistens die von itc power die sind super für wie nennt man das für home backup also nur für emergency da sind keine 24 stunden geräte wenn jetzt strom ausfällt oder stromabschaltung ist oder ich möchte mal meine halle befeuern dann kannst du dir auch zwei drei vier fünf sechs sieben tage durchlaufen die sind aber nicht dafür gemacht 365 tage im jahr zu laufen 24 stunden dafür gibt es dann aber einige dafür gibt es dann die brüder hier wie können das die von energie der jener die sind ein perkins motor oder was gerade vorrätig ist die weco oder sowas aber dann eben keine chinesischen motoren und dann sind die auch deutlich teurer der muss auch noch angepasst werden sehe ich gerade der kostet dann ungefähr um die 15 wenn das video draußen ist weil da einfach die lieferzeit so hoch ist die preise sich so geändert haben dass die jetzt geupdatet werden müssen aber hier sind mal bei zwanziger sind wir bei 13k und sonst sind wir beim zwanziger bei 9400 da sieht man auch wieder ein preisunterschied von 40 prozent ungefähr und in unserem fall arbeiten wir halt meistens für emergency haben gesagt emergency für backup und da reicht das allemal da brauchst du kein italienisches polnisches da gibt es auch deutsche hersteller oder zusammenschrauber wie man sie nennen kann halt weil es kommt halt kein teil von diesen aus diesem gerät was in diesem gerät drin ist aus deutschland noch nicht wenn du glück hast meine schraube aber es kann natürlich jetzt darf man mich nicht festnageln zwei drei teile kommen aber im endeffekt werden teile aus der ganzen welt zusammengetragen wie beim mercedes wie beim porsche wie bei irgendwelchen autos da ist ja auch nicht alles ist ja made in germany aber die teile kommen ja nicht aus deutschland also nicht alle auf jeden fall und so ist es dann dahinter auch also kannst du einen guten chinesen kaufen du hast kein billig chinesen kaufen sondern geräte gibt es auch irgendwo im internet schieß mich tot für ein 22 er also wenn das ist zwar doof weil ich sage weil es hat meine firma hier ist aber also da wenn der ab 8000 was findest beim 22 kva 20 23 das nicht vergessen wird 20 23 ab 8000 euro da findest du vielleicht mal was was okay ist wir haben ja auch noch ein paar andere hersteller hier die von premium power die kommen ja auch aus china dann drüben ist ein italienisches unternehmen was in china nach denen die netze herausforderung ist ja falsche anforderungen herstellen lässt die dann getestet werden bevor sie verkauft werden da sind wir aber überall ungefähr in der gleichen gleichen preisregion weil doof sind ja bei itc power auch nicht wenn die dinge raus schieben können für 6k dann werden sie es machen weil hier daneben so ein kompakt die werden hergestellt beim ein der größten hersteller von stromaggregaten und bei den besten hersteller von alternatoren also den generatoren selber in china bei den besten deswegen sind die sie schauen ein bisschen teurer aus ist aber die ats box für den anschluss automatische umschaltung schon dabei ist das wartungsset dabei und natürlich so wie alle industrieaggregate kommen die komplett einsatzbereit also mit 30 punkte check schon dabei alle flüssigkeiten drauf einfach diesel rein los geht's genau so da sind wir ja auch nicht ganz hof aber die sind halt alle ungefähr preisgleich wir haben jetzt noch seit neuesten immer hier bei den ganzen industrieaggregaten bis inklusive 45 kva steckdosen verbauen lassen weil das gibt es eigentlich bei industrieaggregaten nicht dann hatten die keine steckdosen und haben viele kleinunternehmer oder private leute industrieaggregate gekauft für home backup und haben dann gesagt wo ist die steckdose da geht es nur mit klemmbrett klemmbrett ist nicht das richtige wort aber wir nennen so weil es da kann sich jeder was vorstellen kabel reinstecken festklemmt fertig klemmbrett hat und wir haben dann eben überall noch steckdosen dran gemacht das heißt im klemmbrett und steckdosen damit auch autonomal einfach mal was anstöpseln kann macht sinn kostet aber wenn du das in europa machen lässt irgendwas zwischen 800 und 1300 euro aufpreis ist da schon mit drin dass die die ganzen anständigen displays haben hier wer sich auskennt komm ab versteht sich von selbst da kommt nicht billig ist immer wieder das muss ich mich selbst erwischen chinesisches billig kram da rein sondern dass da kommt auch was anständiges rein was auch die italienischen hersteller benutzen und alle anderen dann kennt sich auch jeder ungefähr damit aus ich kann kurz mal nach ausschalten oder am montag noch der große gott aber wir sind eigentlich fertig dankeschön ich schalte mal aus und wir sehen uns beim nächsten mal ciao